Auf Schloss Freiberg nahe Gleisdorf fand eine glanzvolle Premiere statt, nämlich die Vorstellung der Kosmetikmarke Onea Cosmetics inklusive Präsentation der brandneuen Produktlinie. Hinter dieser neuen Marke steckt die 19-jährige Gleisdorferin Emanuela Onea, die ihre eigene Kosmetiklinie gegründet hat und nun unter dem Namen Onea Cosmetics präsentiert. Durch meine Arbeit in der Apotheke habe ich das Ganze für mich entdeckt. Die ganzen Rezepturen, die ich immer zusammenmischen durfte, das hat mich so ein bisschen motiviert in die Richtung was Eigenes zu entwickeln und so bin ich jetzt mit einem Labor aus Deutschland in Kontakt und gemeinsam machen wir eben die ganzen Rezepturen. Die gelernte pharmazeutisch-kaufmännische Assistentin bietet eine Haut-, Körper- und Luxuspflegeserie an, die aus qualitativ hochwertigen Naturwirkstoffen in Kombination mit High Intense Komponenten bestehen. Und die High Intense Komponente sind die hochwertigen Wirkstoffe, die Fruchtsäuren, Hyaluronsäure, Sauerstoff. Die Produkte sind ohne Mineralöle, ohne Mikroplastik sowie tierversuchsfrei und parabenfrei und kommen der Umwelt zuliebe ganz ohne Verpackung aus. Darüber hinaus legt die Jungunternehmerin großen Wert auf Beratung und Kundenzufriedenheit. Pflege und Reinigung sollte für jeden ein Thema sein, egal ob ab 15 oder bis 60. Jeder ist herzlich willkommen und natürlich schauen wir dann und stimmen die Produkte auf Alter und Hautbedürfnisse ab. Bei der Präsentation konnten die Gäste nicht nur die Produkte testen, es fand auch eine Verlosung von Onea Cosmetics Produkten statt, die auch für Männer geeignet sind. Also mir ist es ganz wichtig, dass die Leute auch merken, dass es so wichtig ist, was man für Produkte verwendet. Das richtige Produkt zu wählen, dafür bin ich ja da. Egal ob Hautbedürfnisse oder Pflege und Körper- und Gesichtspflege, alles. Die Premiere von Onea Cosmetics ist geglückt. Ab sofort empfängt Emanuela Onea ihre Kunden im Geschäft in der Franz-Berdl-Straße 1 in Gleisdorf.